Und noch eine Nummer aus Deutschland habt ihr auf die 13 gewählt. Deutsche Songs, oder zumindest produziert, in Deutschland sind tippt. Und ich freue mich, dass sie da sind. Wenn die zwei irgendwie zusammenkommen, kommt immer eine super schöne Nummer raus. Ihr habt sie gewählt auf die 13. Ich freue mich, dass ihr da seid. Dankeschön. Schiller mit Heppner. I feel you. I feel you, anyway, in every tears that I might shed, in every words I've never said. I feel you, I feel you, I feel you, in every light, in every beating of my heart, in every breath I'll ever take. I feel you, anyway, in every tears that I might shed, in every words I've never said. I feel you, I feel you, I feel you, I feel you. I feel you, I feel you, I feel you. Auf den 13 von euch gewählt in euren Charts, in den McDonald's Charts. Ich meine, jetzt muss ich mal, du bist ja viel mit Wolfsheim auch unterwegs. Kriegt man das dann noch gebacken irgendwie, dass du da noch mit ihm und dann noch mit deiner Band? Ja, das ist manchmal schwer. Also ich habe jetzt gerade das Problem gehabt, dass ich gestern Abend noch bis spät in die Nacht für Wolfsheim aufgenommen habe, Gesänge. Und dann heute Morgen um 6 Uhr wieder aufstehen, um dann hierher zu kommen für Schiller. Also ich habe so zweieinhalb Stunden geschlafen heute Nacht. Aber ist ja nicht das erste Mal, dass ihr was zusammen macht, wie ihr es ja telefoniert habt, komm, wir machen wieder was? Oder was ist so der auslösende Punkt für euch? Ja, also wir telefonieren öfter mal, aber die Idee ist, der Anfang ist vor allem und ohne Idee auch keine Musik. Und wir sind beide sehr froh, dass wir nach zwei Jahren, nach Dream of You, wieder eine Idee gehabt haben. Das ist ja was Schönes eigentlich. Und es ist immer erfolgreich irgendwie, ne? Bis jetzt ja und hoffentlich auch noch in der Zukunft. Herzlichen Dank, dass ihr bei mir wart. Ich hoffe, ihr kommt auch immer wieder, wenn ihr in den Charts seid. Dankeschön, Applaus nochmal für euch. Herzlichen Dank, bleibt gleich da. Herzlichen Dank, bleibt gleich da.